Herzlich Willkommen zur weiteren Folge hier auf der Marsch Wir beginnen jetzt mit Gras sammeln auf Fenn Nummer 21 Wir werden mal in die erste Runde mitfahren, gucken was wir mitgemacht Ich sehe er sammelt nicht komplett, wir werden mal ein bisschen steuern Und zwar... Wir werden ein bisschen nach links fahren Beziehungsweise andere Richtung Könnte sein das besser ist Das könnte sein Von den ersten am Glückler ja So... Noch mal klapp, ne? Kabel stört ein bisschen, aber ich wollte ein bisschen ansteppen Weil die Batterieleistung noch nicht ausreicht Für Drogen Also ein bisschen schwach wird, wenns gut möglich So, was pflanzen wir hier aus? Hauptschlusser noch bei, ne? Mh... Ist noch bei... Müsst dann da gepflückt werden? Ja... Das heißt, wir werden mal gleich hin Den zum Flug gehen und da ansprechen Wir werden mal gleich hin Ich weiß noch nicht warum, aber... Der Ton... Kommt... Immer mit später Ja... Also ich drücke und dann dauert es einen Augenblick Bevor ich das höre Ob es eine Lautnahme zur Verfügung liegt? Wirklich! Ob es bei euch auch so entsprechend ist? Naja... Ich hoffe mal nicht! Ich glaube, wir werden es hier hören, glaube ich Schau sich dick aus So... So... Dann können wir noch die Feinde versorgen, ey Aufsteigen geht zeitnah Drücken, aber... Tonmäßig ist das nicht zu hören So... Jetzt ist brauche ich einen Traktor Schalten wir durch, ne? Genau... Der reicht ja für... Für Schweine... Versorgung Wird doch eigentlich der anderen auch noch da sein, ne? Wir wollten doch Dings reinbringen... Äh... Diesel Diesel... 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 Dünger... Dünger... Genau... Genau... Dann mal auftanken... Den hinteren Teil und dann... Gleich rüberfahren zu... Der Lauf... Aus geht's nicht... Hahaha... Äh... Ist halt so, ne? Wenn man noch nicht weiß... Ist es der... Ist es... äh... Ja... Kann man lange suchen, ungefähr... Kann man lange suchen, ungefähr... Kann man lange suchen, ungefähr... Und, da ist das... Alles fertig... Kann ja sein... So... Darauf lass mal keine Restarbeit machen... Das heisst... Ehrlich und widerlich... naja, ist ja eh die letzte Folge heute und dann ist das mal falsch Haushalt anschalten also ich hoffe das geht gut weil die Brotterratur immer noch 1 Grad drunter ist aber jetzt weißt du Hopfen doch nicht, ne? ein paar Meister hab ich ein bisschen bedeckt gehabt, aber hab ich 10 Grad verlangt, aber bei bei Hopfen wenn da 5 Grad verlangt sind und wir haben 5 bei den Sonnenscheinen haben wir auch ein bisschen mehr ich muss kurz sagen wir sehen grad Gras aus kurze Panik ich meine dann wärs ärgerlich, aber gut nichts zu ändern Baum stört, ne? Baum stört, ja und dann wollten eben schon die Kurve nehmen und dann gehts ja nicht dann brauchen wir ein bisschen jetzt die Kurve nehmen mal oft gehts Da haben wir noch einen Dino voller Mais haben, weil ich einen einfettenden Mais ausfüllen Drei mehr, dürfte der Winten Mais fertig sein Dürfte ein wenig Kampel gleich Locking Also bis der anderen fertig ist denn derisen Drei soo nächste Ecke und dann haben wir es fertig scheint zu klappen dieser da tut, kommt nicht mehr zögert wir müssen den toblichen Grund rausfinden ist noch nicht aufgefallen vorher wenn der Kopfhörer liegt wirklich das ist äh typisch und äh naja gut ist ja meistens so ne also grad denn äh die tören sich gegenseitig ne auf Händen mit 2 wir können warten bis es vielleicht nochmal gewachsen ist und da wollen wir ja krass nennen oh das Licht geht an wie gesagt das ist äh entscheidend tontechnisch dass ich nur ich das höre und wahrscheinlich in der Aufnahme ist das Synchron 1 2 3 4 noch mal rund 4 Sekunden noch mal rund 4 Sekunden muss ich mal schauen in der Aufnahme ich da was verstellt habe das hat mir nicht mehr gegeben weil ich kein Geld habe wenn ich verheirren Gras ist nämlich aktuell noch nicht so weit noch nicht so weit und das hat sich gut aus das glaube ich geht nur für Fahrzeuge ein einfach dass wir aufwischen ja merkwürdig aber tja mal aufsteigen das glatt äh genau zu dem Zeitpunkt weil ich drücke aber das Motor geht für ein paar Sekunden wieder raus so ich wollte mal was schauen siehts hier aus dieser Heu fehlt macht aber nix dann werden wir gleich mal ein bisschen den Lkw schnappen den Anhänger hier rein stellen und dann werden wir die Gärreste holen von der PGH könnten wir auch einen Kurs einfahren und das ungern machen mit Tastatur und das ist unser Milchanhänger und das ist unser Milchanhänger und dann über den grünen der Silo aha der geht für Flüssigkeiten nicht der ist für Gülle wo haben wir es angelassen bei der BGH der war heimlich ne fahr mal hin guck mal nach ich wollte auch die Schweine füttern dazu müssen wir aber erstmal unseren Putzi holen den zum putzen also ich wollte ja insgesamt diese Stelle weg verkaufen also ich wollte ja insgesamt diese Stelle weg und dafür einen großen inbauen und die älteren Tiere halt dann verkaufen also so sein Plan aber ich muss ja hier viermal füttern viermal gülowig fahren viermal ja extrem mal sauer machen das ist ja lustig deswegen wir haben die viel verkauft bei Gelegenheiten und weil ich das Geld habe werden wir da entsprechend disponieren machen wir uns Arbeit rein und dann lebe im Grund ne die lebe im Grund ne vielleicht gefüttert fahr mal rüber fahr mal rüber zum anderen Stall und holen uns den nächsten sauber machen sauber machen ja alt wird verzögert ich höre sie verzögert nicht mehr was für euch auch so ist ich hoffe nicht mir ärgert sowas schon ich weiß ich weiß irgendwie nicht den Grund also es ist problem so Vollgas Junge ein Kreuz noch auf ho haben beide am Wasserheil gefahren wir haben's noch zu sehen aber ich dachte ja auch jetzt lassen wir nicht mehr los Ja, ich wollte hier noch das Auge machen Das ist besser Putzi Ich glaube, es ist ein Spiegel Vorlich gearbeitet Oder neu Mist gemacht, kann auch sein Technisch weiter, danach wollte ich immer mit Ärgern, Alter Ja gut So, Wasser Und Schauen wir gleich nach Immer noch zu kalt Sauberkeit haben wir gerade gesorgt dafür So ist auch Sofort besser hier anzeichnet Stroh Ist nicht so tragisch Futter ist Na ja, gut Verbesserungswürdig Da oben und den anderen Taktor von hinten Weil Der andere fällt gerade aufm Acker Ruhe Gras So Kann sein, dass er gleich wieder ausgeht Aber der Bruder wird verzögert Also jedenfalls muss man gucken Das schaue ich mal heute gleich mal an Das könnte Das könnte Daran liegen In der Aufnahme Man guckt ja, dass wir da entsprechend Äh Er speichern Aber das ist Weil ich ja den Ton hier Äh Aufnahme bekommen höre Und Nicht vom Äh Rechner Da muss man gleich beim Ton was bisschen bestellen Das kann man ein bisschen Sekündchen oder Millisekunden nach hinten nach vorne verschieben Dann muss es näher so kommen wieder Oder ich hab da sogar Irgendwas zu stellen Dass ich da jetzt Äh Deswegen halt Äh Verzögerung habe Also die Kurse sind gespeichert Außer der Ich muss den Kurs zum Main speichern Das ist wichtig Ach der Main ist ja fertig Aber es geht darum Dass ich ja auch Äh Gas Sammeln Kann So Mal einsteigen Das wird man ja Gucken, dass wir das Äh Nimm mal unter Feld, Feld, 21, mehren, 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 10 Meter, speichern. So, C, das nicht. So, überzogen. So, das soll's denn für heute gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Tschüss und wicke wicke. Ciao, ciao. Bis denne. Bis morgen. Tschüss. Wenn ihr möchtet, ne? Tschüss.